Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich natürlich, dass viele jetzt erraten haben, wo wir sind, in Bruchsal. Also ich hoffe, ich habe alle neugierig gemacht, auch mal zu kommen. Warum? Wir gestalten Zukunft. Wir haben eine tolle Infrastruktur als Mittelzentrum mit 45.000 Einwohnern. Wir haben eine schöne Lebensqualität, tolle Landschaft, dem Kraichgau mit Seen, mit dem Hügel Michaelsberg. Also es macht Spaß zu wandern oder Rad zu fahren. Und dann sind wir eine weltoffene Stadt. Wir können gut zusammenleben. Das heißt, das gute Miteinander, das ist in dieser Stadt ein Teil dieses Selbstverständnis der letzten Jahre. Insofern ist für mich Nachhaltigkeit im Umwelt, aber auch im gesellschaftlichen Sinne Teil dieser Identität der zusammenwachsenden Stadt und insofern auch Teil der Lebensqualität.